Hi! Ich glaube... Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Was? Ruf die Rettung! Ja, wie kann man sein Telefon entsperren? Du bist... Nichts kannst du! Da, gesperrt! Ja, und was jetzt? Geh auf Telefon und ruf die Rettung an! Und wie geht das? So, da, da, da... Ok, danke! Ruf 1 4 4, ruf 1 4 4! 1 4 4! Nein! Wählt 1 4 4! Wählt 1 4 4! Wählt 1 4 4! Das ist leer! Ah! 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 Mund-zu-Mund-Beatmung? Nein, nein, nein! Mach Brustmassage oder irgend sowas! Ok! Ah! Ah! Jetzt geht's dir wieder weg! Ja, ich habe einen Menschen gerettet! Ja! Hm! Diese Waffe war ja doch geladen! Na ja! War ja nur ein Unfall! Wir bedanken uns bei der amerikanischen Regierung, dass sie uns bis jetzt noch nicht verklagt haben und dass... Hey, hey, was machen sie da drin?